Hallo und herzlich willkommen bei BrokerDeal.de. Wir zeigen Ihnen heute, wie einfach Sie ein Demokonto bei fxflat.com eröffnen und die ersten Trades im Flat Trader platzieren können. Dafür ist es erstmal erforderlich, dass Sie auf der Startseite auf Demokonto klicken und hier haben Sie gleich die Möglichkeit, den Flat Trader auszuwählen. Viele Informationen müssen Sie gar nicht in der Anmeldemaske angeben. Sie können dann auf Absenden klicken, erhalten einen Downloadlink und auch die weiteren Login-Informationen per Mail. Nachdem Sie den Flat Trader dann installiert haben, landen Sie in einer solchen oder auch ähnlichen Ansicht. Ähnlich sage ich, da Sie sich die einzelnen Dashboards immer einzeln individualisieren können und unterschiedlichste Elemente einfach entfernen oder auch ergänzen können. Ich habe mir die Trading Page nun so eingerichtet, dass ich oben erstmal eine Kursliste habe, auf die ich zugreifen kann. Mit dabei zum Beispiel der Deutschland30, also DAX-CFD oder auch ein Gold-CFD und auch natürlich Währungspaare wie der Euro-US-Dollar. Darunter habe ich mir dann einen Chart eingestellt und auf der rechten Seite die Möglichkeit eine neue Order zu platzieren und rechts unten noch den Direct Deal. Also das ist die Möglichkeit mit einem Klick die ersten Trades zu platzieren. Ganz unten auf der Trading Page wird dann noch angezeigt, wie viel Gesamtguthaben zur Verfügung steht. Mit 10.000 Euro fängt man übrigens an, derzeit ist mein Guthaben bei 10.660 Euro circa und des Weiteren gibt es hier noch Informationen zum Beispiel zum Margin, zum offenen Gewinn und Verlust und zum nicht realisierten Gewinn und Verlust und vielem, vielem mehr. Des Weiteren besteht die Möglichkeit auf die nächste Seite zu klicken, Charts. Hier werden dann zum Beispiel in diesem Falle der Deutschland30 Chart angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit auch zum Beispiel in den Linienchart zu wechseln oder auch wieder in den Kerzenchart und vieles, vieles mehr. Der große Vorteil auf dieser Seite ist aber, dass Sie hier auch diverse Indikatoren hinzufügen können. Dafür gibt es die Möglichkeit hier diese nochmal zu individualisieren, zum Beispiel bei Moving Average und dann können Sie diese auch übernehmen und wie Sie hier sehen, werden diese bei mir bereits angezeigt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel noch auszuwählen, wie nah der Ausschnitt sein soll, eine Stunde oder auch nur ein paar Minuten oder soll jede Sekunde aktualisiert werden. Diese Möglichkeiten haben Sie natürlich, um Ihre persönlichen Strategien am besten zu verfolgen. Ob Sie Ihre Trades lieber im Minutenhandel, im Stunden- oder Tagehandel ausführen möchten. Dementsprechend können Sie sich den Chart hier auch einstellen. Des Weiteren gibt es hier noch die Möglichkeit auf Indizes und Rohstoffe zurückzugreifen. Zum Beispiel steht auch hier Öl zur Verfügung und vieles mehr. Im nächsten Tab FX Flat werden dann noch Informationen zur Internetseite angezeigt. Also hier kann man sich kurzerhand nochmal die Konditionen abrufen, falls man diese denn kurzerhand benötigt. Zurück auf der Trading Page angelangt gibt es hier noch einige weitere Möglichkeiten. So haben Sie hier natürlich die Möglichkeit den Trade zu platzieren. Dafür müssen Sie natürlich erstmal auswählen, was Sie denn handeln möchten. Und dann haben Sie die Möglichkeit hier mit Bid eine Short Position oder mit Ask eine Kauf Position zu starten. Also die Long oder Short Position, wie Sie es auch aus anderen Handelsplattformen kennen. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit die offenen Positionen einzusehen auf jeder Seite. Dafür müssen Sie nur einmal draufklicken und schon werden diese angezeigt. Dieses Fenster öffnet sich kurzer Zeit. Sie können es natürlich auch wieder schließen, falls Sie es zum Beispiel auf diesem Dashboard nicht gebrauchen können. Und ich habe derzeit drei Positionen geöffnet, die allesamt im Plus sind. Hier bei G&V wird das immer angezeigt. Alle rund 200 Euro. Die eine hier ein bisschen mehr mit knapp 300 Euro. Und da besteht natürlich auch die Möglichkeit diese Position kurzerhand zum Marktkurs zu schließen, um die Gewinne zu kassieren. Ich hoffe wir konnten Ihnen einen guten Überblick zum Flat Trader von FX Flat.com bieten. Die Anpassbarkeit der Plattform hat zwar leider den Nachteil, dass es am Anfang ein wenig Zeit dauert, bis man die Dashboards einzeln eingerichtet hat, so wie man persönlich es möchte. Es gibt zwar eine Vorkonfiguration, aber jeder hat dann natürlich seine eigenen Präferenzen, die er berücksichtigen möchte. Ich hoffe wir konnten Ihnen weiterhelfen und wünschen Ihnen nun viel Spaß bei Ihren ersten Trades bei FX Flat.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.